Was sind 25 Euro, wenn dann mal das Haus explodiert oder der Hund vergiftet ist? Was sind dann schon 25 Euro? Haben Sie noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss. Hallo Kleiner, hallo Kleiner, komm mal, schau mal rein. Hier habe ich ein kleines Los für dich. Für auch umsonst. Na, 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 was das wohl sein wird. Ich habe viele Preise. Preise, Preise, Preise. Preise, um kleine Kinderherzen glücklich zu machen. Preise für erwachsene Leute. Preise, um die Lebensqualität zu verbessern. Sensationelle Preise. Es fällt mir schwer, ich würde lieber sie weggehen.